Hör mal zu, wenn du dich weiter so aufbrichst, dann ruf ich meine Mami an. Haben wir's verstanden? Wen rufen sie an? Meine Mami. Was wollt ihr? Was habt ihr vor? Was einkaufen? Einkaufen? Ja. Getränk. Habt ihr nicht Hausverbot? Nee. Echt nicht? Sind sie ganz falsch? Na, ich glaub ich bin richtig. Eigentlich mein Auge tauscht mich nie. Ganz sicher. Dann können wir nachprüfen gehen, wenn sie Lust haben. Ja. Ihr habt kein Hausverbot? Nein. Ehrlich. Ich bin einmal im Jahn, warum sie hier Hausverbot haben. Dann habt ihr jetzt Hausverbot. Oder? Für den. Raus. Ich will euch hier nicht mehr sehen. Oh, na. Ich suche, äh, also wenn ich, äh, wenn ich, äh, wenn ich, äh, ne, ich, wenn ich, äh, ich suche, also, wenn ich, äh, also, wenn ich, äh, also, wenn ich, äh, also, ich war noch nie, äh, wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr, wisst, wisst ihr, wisst, wisst, wisst... Äh? Wo der Bäcker ist? Hä? Nein. Eigentlich gehe ich ja immer da, da. Ich gehe, ich gehe, ich gehe, also wenn ich, äh, wenn ich, 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 ich gehe, ich, 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 ich gehe, um die Ecke. Aber wenn ich dann rechts kippe, dann kippe ich. Das sieht mir so ein bisschen so aus, als würde ich hier was klauen. Warum? Warum wollen wir denn klauen? Ihr habt so das Gesicht dafür, ne? Ist das hier jetzt ein schlechter Scherz? Nein, nein. Das ist ja wohl eigentlich so eine absolute Freche, dass sie uns nicht unterstellen, dass wir so aussehen, dass wir klauen werden. Hör mal zu. Bei mir ist es halt so, ich bin lang genug im Beruf. Ja. Ich weiß, dass ihr klauen werdet, bevor ihr es selbst so wisst. Ich kann ihnen sogar gerne Geld zeigen, dass ich genug Geld dabei habe, um das hier gerade einzukaufen, dass es ein schlechter Scherz ist. Nur, dass ihr wisst, ich beobachte euch. Ich habe eine Frage. Weißt du, wie ich zum, ähm, komm? Wohin? Zum, ja. Hauptbahnhof? Nein. Der, wenn, wenn du, also wenn du, wenn du, wenn du, ich weiß es nicht. Wo wohnt ihr denn hin? Ja, das muss ich eigentlich, eigentlich, aber wenn ich, also sie wissen bestimmt, aber sie wissen, wie der. Warst du da noch nie? Nein, da war ich noch nie. Ach so. Dann kannst du natürlich wissen. Schade. Schade. Tut mir leid. Schönen Tag noch. Ebenso. Ich suche, ich suche, ich suche, ich suche. Ich war gerade um die Ecke gegangen. Oh. 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 Und da wurde mir gesagt, dass ich, dass ich, dass ich, also wenn ich, also, dass ich, nein, also da wurde mir gesagt, ich, 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 ich. Wo möchten Sie denn hin? Eigentlich will ich zum Hauptbahnhof. Hauptbahnhof? Hoch. Heute war geradeaus hoch. Danke. Danke. Hey, warte Maritz, laden die Ebstelle uns nicht. Was hab ich denn gemacht? Ich hab gerade mitbekommen, wie ihr meintet, ihr wollt einen Milchshake klauen. Hä? Milchshake. Wir wollen Milchshake kaufen? Nicht klauen, hab ich gehört. Sie haben doch gar keine Milchshakes hier. Wir haben doch die ganze Zeit geguckt. Mach selber auf. Wir wollen Milchshakes kaufen, nicht klauen. Was gehen jetzt hier ab? Mach die Tasche auf. Also das ist wirklich unglaublich. Beruhig dich mal. Hör mal zu, wenn du dich jetzt so aufregst, hör mal zu. Wenn du dich so weiter so aufregst, dann ruf ich meine Mami an. Haben wir uns verstanden? Wien rufen sie an? Meine Mami. Haben wir uns verstanden? Wir verstehen wir nicht, also. Guck mal da. Wir drehen mit versteckter Kamera. Das ist ein Comedy-Kanal. Wie krass. Du toll. Nein, wir filmen mit versteckter Kamera. Das ist ein Comedy-Kanal. Ist es okay, wenn ihr in unserem Video seid? Ja? Hast du gesehen? Das mit dem Milchshake hast du gerade gehört, oder? Ja? Ja, ja. Aber ich kann ziemlich mitgefahren. Wird rein. Jungs. Könnt ihr bitte gehen? Ich kann mich echt nicht konzentrieren. Hm? Muss das sein mit deinem Smartphone da? Ja? Das macht ja extra mich zu ärgern, oder? Ihr seht doch, dass ich hier lese. çeubia. Wo싸in